Die Vorher- und Nachher-Ansicht über das Loop-Deck steuern. Wenn ich jetzt in Lightroom arbeite und Entwicklungen vornehme, dann möchte ich irgendwann auch einmal sehen, von wo ich eigentlich herkomme, also was ich in der Bearbeitung gemacht habe. Und das kann man mit dem Before- und After-Button hier im oberen Bereich ganz gut machen. Und ich klicke da mal drauf und sehe, ich habe links das Vorher und rechts das Nachher. Before- und After, ziemlich praktisch. Wenn ich jetzt eine gesamte Vorher- und Nachher-Ansicht haben will, dann kann ich die Fn-Taste gedrückt halten und auf Before- und After klicken und bekomme jetzt somit das gesamte Vorher bzw. das gesamte Nachher. Zum Einstellen findet man das wie folgt. Ich wechsle da jetzt in das Develop-Modul unter Main und klicke da jetzt auf den Before-After-Button. Bei den View-Modes ist das versteckt. Standardmäßig sollte meines Wissens ja auch Before- und After hier eingestellt sein, im Split-Modus. Das heißt, dass ich jetzt quasi nur diese Bilder nebeneinander sehe. Und wenn ich jetzt die Fn-Taste aktiviere, dann habe ich jetzt Before- und After-Toggle. Also immer dran denken, die Fn-Taste kann man auch noch einstellen bzw. die Funktionalität der Tasten oder den Tasten eine zweite Funktionalität geben. Und das ist eben jetzt diese Fn-Taste. Also normal B, A, Before- und After im Split-Modus mit der Fn-Taste Before-After, Before-Only im Toggle-Modus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.